Es ist die ganz große Liebe. Sila Shahin und Samuel Radlinger sind seit über fünf Jahren verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder. Im Interview sprechen sie nun über ihr Familienleben auf dem Land. Im Sommer 2016 gaben sich Sila Shahin, 36, und Samuel Radlinger, 29, das Jawort und sind mit ihren Kindern ein perfekt eingespieltes Team. Sila Shahin verrät Details über Familienleben auf dem Land. Für ihren Ehemann musste die ehemalige GZSZ-Schauspielerin allerdings in den letzten Jahren schon den ein oder anderen Umzug in Kauf nehmen. Zuletzt ging es nach Österreich, wo sich die Schauspielerin zunächst nicht wirklich zu Hause gefühlt hat. Ob sich das mittlerweile geändert hat und was sie eigentlich von dem Begriff Spielerfrau hält, verrät Sila Shahin im Interview. Zuletzt ab hol hatchet